So, jetzt sind wir bei Putting. Das Putt ist ein Schlag auf dem Grün und es wird mit dem Putter gespielt. Der Bewegungsablauf ist wie ein Pendelbewegen und das Hänggelenk bleibt steif. Die Baulage ist leicht links von der Mitte. Ich nehme meinen Standardgriff und mache ein Pendelbewegen. Die Baulage ist leicht links von der Mitte.